Ich möchte mich erst mal recht herzlich im Namen der HB Immobiliengruppe bedanken, dass wir hier die Möglichkeit bekommen haben, das NLZ als Namensgeber zu begleiten. Wir kommen aus dem Bereich des Sports, der Nachwuchsförderung, aus dem Fußball und für uns ist es Ehrensache im Bereich Magdeburg tätig zu werden. Wir freuen uns, dass wir eine langfristige Bindung mit dem 1. FC Magdeburg schließen konnten. Wir sind als Partner in Bereichen der sportlichen und schulischen Entwicklung der Kinder, Jugendlichen gerne bereit Hilfestellen zur Seite zu stehen und freuen uns auf die nächsten Aufgaben. Wir hoffen natürlich, dass unser Unternehmen sich in diesem Bereich auch in der Außenwirkung weiterentwickeln kann und wir diese Partnerschaft fruchtend für beide Seiten in die richtige Richtung bringen und wir wünschen für die nächste Serie allen Mannschaften hier größtmögliche Erfolge, eine tolle Ausbildung und natürlich dem 1. FC Magdeburg in der 2. Liga alles Gute. Wir sind sehr glücklich, dass wir einen regionalen Partner gefunden haben, der mittelfristig mit uns einen Weg einschlagen möchte und das NLZ mit den Namensrechten für sich gewonnen hat. Ich denke, mit HB Mobil haben wir einen Partner gefunden, der sich genau mit der Philosophie des NLZ identifizieren kann, dass wir den Fokus auf den Sport legen, auf die schulische Bildung und natürlich auch auf die Persönlichkeitsentwicklung und wir hoffen, dass wir mit dem Partner gemeinsam in den nächsten Jahren die wirtschaftlichen als auch die sportlichen Voraussetzungen erhöhen können, dass wir den nächsten Schritt gemeinsam gehen. Untertitelung des ZDF, 2020